Herzlich Willkommen zurück zu Bestchen und es könnte der letzte Teil sein, wir müssen jetzt zum Zulf rein, die Tatsalschichte. Wir haben alle Waffen gefunden und dann schauen wir mal, ob es da drinnen unter der Zulf ist geordnet. Sind wir bereit? Ja, wir sind bereit. Warte mal, 11.27 Uhr, ungefähr wieder. Du bist der Mini-Ding. Du bist nicht. Du bist nicht weg. Aus. Super, welche Richtung wir müssen? Ausuferndes Ur-Richtung. Wir gehen in die andere Richtung. Kein Plan, welche Richtung wir müssen. Wir müssen den Zulf rauskommen. Wir gehen in die Richtung. Wir gehen in die Richtung. Wie heißt das? Wie geht ich denn, es ist kontrolliert? Der Team war seine starke. Dass sie schweben können, ist unfair! Zolf muss da sein, allein zu warten. Sie wissen, was ist lustig? wird sein dass du immer einmischst ja ja wir warten du kannst ja auch mal eingreifen du blöde Nuss du hast jetzt sie getötet du hast jetzt sie getötet du hast sie getötet Kurze Fickter verschießt irgendein Gift, weil er es gar nicht angetan Mach denn so einen Scheiß Aber Zia, da ist eine andere Grund, dass ich dir alles erzähle. Ich bin dein zweiter Vater Ich bin dein zweiter Vater Ich bin dein zweiter Vater Was? Weil da habe ich auch nicht gehört, hier mitzureden Ich bin dein zweiter Vater 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 Wir wollen dein 육ne Dann Ihr Drippelt Jawohl, das war das Ende. Jetzt wird es wahrscheinlich so wieder nicht mitgehen, wir werden jetzt den Vorruhestrand feiern. Samuel, du bist jetzt so herzig geworden. Das glaube ich nicht. Irgendwo stimmt nicht ganz, Leute. Aber wir werden nicht sterben. Es ist eher so... All of this will just... Stop. Das ist sehr früh, oder was ist das noch nicht mehr? Das ist sehr früh, oder? Seht ihr, hat ja diesen gar keinen Heilsraum zurückgelassen Das ganze Ort ist ein Rekord des Zeiten vor der Kalamität The way things were before this story. Good times, right? You follow me? You'll be your old self again. Think of all those times that didn't go your way. Good times. Good times. Good times. Good times. Good times. We are not going to fear you. Look, no problem. Okay, so I need to get you. I'm going to leave you again. How many of you all have to do? Have a good time. Wait, wait. Go. Du bist jetzt vorhin gesprungen in die Flugbahn reingeflogen, oder? Ach Gott Ich kann Nein! Das kann ich damit zu spielen Nein 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 Die Pülchenfritz, aha! Ich bin dein Vater Nein Oh ja, genau meine Welt, schau mir Ich bin die Bastion Ja, wo gehen sie jetzt sonst hier? Ja, wo gehen sie sonst hier? Na, das war jetzt eine dämliche Idee Nein, da muss ich noch nicht gehen Bei Herzens kümmern die da rum Wer macht denn so eine Scheiß mit mir? Oh, da ist wir Ja Nein, da wird ja nicht Gibt es jetzt nicht, vielleicht mal wieder festen Boden um die Wiese Nein Ja, sie kann es so wie ich schon passiert Die Antwort ist Ja, wo bin ich? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob es kein anderes Weg aus der Nähe Es ist okay Ich weiß nicht Ich weiß nicht Aber warum wollen Sie sogar noch ein anderes Weg Unless Unless Sie wollen Sie hier mit uns bleiben findest du gut und well, that's sweet and all, but I don't know if I can stick around Es ist toll, dass wir nur so viele Steine haben, wenn wir es nicht mehr ausgeben können. Oh. Die Kraft der Kalamität. Es ist auf unsere Hände. Wir können nicht einfach es gehen. Die Bastion hat eine andere Funktion. Strictly speaking. Wenn wir das Monument ausbauen können, und wir können es nicht reparieren können, wir könnten immer noch... Evacuieren. Erstens, wir würden so viele Leute wie wir können. Und wir würden so viele Leute wegnehmen. Wir würden so viele Leute wegnehmen. Wir würden so viele Leute wegnehmen. Aber mit dem Rampock sind wir extrem langsam Das ist schwer, nicht wahr? So, und während der alte Sack im Hintergrund immer wieder labert, verabschiede ich mich für diesen Teil Ich habe es jetzt gemerkt, dass der Part 45 Minuten hatte, ist nicht toll, ist nicht toll, das muss man sich nicht auf einmal antun, deshalb nehme ich dieses auf, oh Gott, ist das langsam, das will ich mich noch nicht sagen, diese Woche mag ich nicht Ich weiß ja jetzt, was passiert, ich habe jetzt gerade den Teil jetzt weggeschnitten von meiner Stimme, weil es gab da nichts, ich habe einfach konsumiert, den alten Sack zu schüren und zu sterben Aber, wir verabschieden uns jetzt, ich verabschiede mich jetzt von euch, bis zum nächsten Mal, beim letzten Teil von Bestchen Tschüss